Du hast dir die Fragen wieder ausgesucht, ne? Du bringst uns völlig dich an, Alter. Mario hat 6. How do you make up a shit? Oder Marco? Rated! Es gibt einen Stechen mit drei Teams. Das ist ein geiles Geschick. Sensationell. Beim Quiztaxi zum ersten Mal haben wir Gleichstand mit drei Teams. Marius Wolf und Julian Weigel, Nuri Schein, Schmelle und Mario und Marco. Hier gibt es kleine Zählmaschinen und die beiden müssen in 30 Sekunden, in jeder 15 Sekunden inklusive Wechsel. Und wenn ich bei 30 Sekunden Stop sage, heißt das auch Stopp. Auf die Plätze, fertig, los! Das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Was? Oh! Was sind die 5 Sekunden? Wechsel! Komm, 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 Bruder! Komm, Bruder! Was machst du denn? Luri, lass mich in Ruhe machen! Lass mich in Ruhe machen! Drück, drück, drück! Stopp! Warte, 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 warte! Hey, weg, weg, weg! Halt mal, halt mal, halt mal! Was habt ihr denn? Halt, halt, halt! Zeig mal! Ihr seid raus? Ey, das ist so gelohnt! Ist raus? Die haben 300. Was habt ihr hier? Das geht gar nicht. Sieger! 2018! Nuri Schein! Nein, 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 nein! Natürlich! 2000! Ja, ja! Die haben 300! Auf dieser Uhr steht 2328. Dafür hätten sie ungefähr 14 Tage gebraucht. Und jetzt gibt es etwas ganz Besonderes hier. Zu gewinnen! Eine Monster-Toblerone! Für euch! Da sind sie! Sieger 2018! Quiztaxi!